Moin Leute und Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Und zwar wollte ich das Weihnachtsprojekt 2018 hier mit diesem Video wieder ankündigen Ihr seht es wieder, alte Map, so wie sonst auch immer Kennt ihr mich ja, ich bin so ein bisschen faul Deswegen, ähm, schauen wir mal ein bisschen was vorbereitet hier Und zwar, das startet dies Jahr am 1.12., wenn es früher starten sollte Könnte passieren, werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt Benachrichtigt Und ihr könnt auch dies Jahr, wie sonst auch immer, mitmachen Einfach auf typischmarven.de auf die Webseite mal gehen Ich hab jetzt seit neuestem eine Webseite Und da gibt's dann unter Projekt, gibt's dann Anmeldungen Und auch Regeln, da könnt ihr euch anmelden einfach Kennt ihr mit dem alten Anmeldeformular Einfach anmelden und fertig Das wollte ich nur als kleine Info an euch schon mal sagen Weil jetzt ist der 12.11., das ist nicht mehr so lange hin Bis so dahin Und ja Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann jetzt in den nächsten Streams Die kommen werden in den neuen LS Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal